Wie bist du mit dem Eingländen? Ja, Gonzer, Sebastian ist da. Wir gehen nach England, nach West Ham. Wie stolz bist du über diesen Betracht? Ja, natürlich ist es für uns eine große Verlust. Seb ist ein fantastischer Spieler. Ich denke, er ist einer der besten Spieler, die ich in meiner Position spiele. Sebastian ist unglaublich, wie ein Spieler und wie ein Mensch. Er ist auch fantastisch. Für uns werden wir ihn vermissen, natürlich. Aber man muss sich mit den Leuten betrachten, die hier sind. Aber es ist auch für dich eine große Chance. Er ist auch ein striker. Natürlich. Wir müssen klar sein und sprechen über die Dinge. Für mich ist es ein öffentlicher Raum. Es ist ein striker, der lebt. Aber natürlich habe ich hier eine competition. Ich habe Joe, ich habe Ante. Er ist auch ein fantastischer Spieler. Sie arbeiten viel. Sie arbeiten viel. Ante und Dejan. Ich bin der Trainer. Ich bin der Trainer. Und niemand sagt nichts. Natürlich. Es ist der Fußball. Man muss sich auf die Möglichkeit und arbeiten. Es ist mein Ziel. Ich habe das. Es gibt das Ziel. Ich verstehe. Ich mache das Ziel. Ich mache es auf die Möglichkeit und arbeite. Ich mache es gut und arbeite. Es geht weiter. Das ist der Weg. Ich komme wie ein neues Spieler, ein neues Klub, ein neues Land. Und diese Saison fühle ich mich schon bei Hause, weil die Leute mich kennen, die Beziehung mit den Leuten im Team ist anders. Ich habe mit Lukas gesprochen und mit allen neuen Spieler aus dem letzten Jahr. Das ist anders. Wenn wir den ersten und den zweiten Tag kommen, ist es anders für uns, weil wir die Leute kennen und alle Leute im Team sind. Und wir sind mehr komfortabel. Aber ich denke, es ist eine gute Sache, um in die positiven Dinge zu arbeiten, um unsere Möglichkeit zu holen. Wir sind jetzt zwei Wochen in der Präparation für die Saison. Wie fühlst du dein Körper? Wir fühlen uns in eine gute Weise. Wir arbeiten sehr viel. Der Training war sehr gut für uns, weil wir von Weihnachten sind immer schwierig für uns, für die Spieler. Aber jetzt sind wir in eine gute Weise. Wir pushen hart. Wir arbeiten sehr viel, ein paar Mal pro Tag. Und wir vorbereiten den öffentlichen Spiel gegen Europa. Wir wissen noch nicht, welcher Spieler wir machen. Aber wir sind in eine gute Weise. Ja, du sagst, nächste Woche wird das erste Spiel der Saison, das echte Spiel. Was erwartet ihr da? Und wie sehen wir das Spiel? Mittlerweile, Tallinn gegen Niche? Wir müssen uns warten, für das Spiel von morgen. Und nachher zu denken, über die Gegend. Aber jetzt müssen wir uns über uns und versuchen, das Level der letzten Saison zu holen. Denn in der letzten Saison haben wir sehr gut gemacht. Das Spiel ist eine gute Idee. Und das ist natürlich im Moment der Saison. Wir brauchen ein wenig Entscheidungen,